Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Auch diesmal haben wir wieder Resonanzen erhalten und per WhatsApp erhielten wir folgendes. Vielen Dank an das Missionswerk Team. Ihr macht wundervolle Arbeit und eure Auswahl passt für uns alle derzeit sowas von gut und ist so aufbauend und gibt uns Hoffnung. Gott spricht durch euch zu uns. Das wollen wir auch vermitteln. Hoffnung für jeden Tag. Hoffnung um 12. Auch heute wollen wir dich ermutigen. Heute von mir die Frage, sind deine Hände voll? Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet.missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Sind deine Hände voll? Du sagst, ja, ich schaue immer, dass ich möglichst viel in der Hand habe, möglichst viel habe in meinem Leben. Ich schaue immer, dass meine Hände voll sind, weil ich brauche doch was. Ja, aber es ist auch wichtig, wenn wir von Gott empfangen wollen, dass unsere Hände nicht immer voll sind. Ich weiß, wie es geht. Herr, danke, dass ich einen Plan habe, den du segnest und Herr macht das und Herr macht jenes und und das und jenes. Wir haben so viel die Hände voll und der Herr sagt, lehr mal deine Hände, dass sie leer sind und ich will dir die Hände füllen mit dem, genau dem, was du brauchst. Und das ist, das ist so wunderbar. Oftmals haben wir auch die Hände voll mit anderen Quellen. Ach, ich habe das und jenes. Probier das mal aus und jenes. Und schau das und schau jenes und Herr, fülle du mich. Und wir wissen, wenn was voll ist und man gießt drauf, läuft es bloß noch oben drüber und es hilft nicht viel, sondern tu mal deine Hände leeren. Sag, Herr, danke, Herr. Füll du meine Hände mit dem, was du für mich bereitet hast. Und danke, Herr, dass du jetzt mit jedem bist, der zuschaut. Danke, Herr, dass du jedem die Hände füllst, Herr, die leer sind, Herr, die auch gewaschen sind, rein, die Herzen, die gereinigt sind, Herr, dass das Alte nicht nur ausgeschüttet wird, sondern, Herr, dass auch gereinigt wird, Herr, in einem Gebet vor dir, Herr, vergib mir all das, was nichts taugt. Und ich danke dir dafür, dass du gerne die Hände und die Herzen füllst. Danke, Herr. Amen. Amen. Und Menschen brauchen Gottes Hilfe und dafür wollen wir auch heute beten. Und eine Frau hat folgendes Gebetsanliegen. Ich hatte einen Nervenzusammenbruch. Bitte betet, dass Gott mich wiederherstellt. Danke. Und das wollen wir auch tun. Jesus, wir danken dir, dass du dieser Person ganz nahe bist, gerade jetzt. Und ich danke dir, dass du ihre Seele heilst, dass du eingreift in ihre Lebenssituation und dass sie ihre ganzen Sorgen und Nöte auf dich werfen darf. Danke, Jesus, dass sie Mut hat, sich an dich zu wenden und ihre ganze Last am Kreuz abwirft. Danke, Jesus, dass du ihre Seele heilst und dass du sie wiederherstellst, so wie du es geplant hast für ihr Leben. Danke, Jesus, dass du der Herr bist, auch bei dieser Person und dass du eingreifst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und per E-Mail kam dieses Gebetsanliegen. Lieber Daniel und Isolde, ich bitte um Gebet für mich. Ich habe Probleme mit meinen Augen. Verschluss und grauer Starr in meinem rechten Auge und auch in meinem linken Auge. Es wurde mir gesagt, die Operation sei ein Risiko, weil ich viel Ablagerung und schwaches Gewebe habe. Ich habe auch eine chronische Entzündung in meiner Blase. Bitte betet für mich. Gott kann alles heilen. Ich danke euch sehr. Jesus, wir danken dir, dass du auch ein Herr bist über dieser Frau, über diese Person und ich danke dir, dass du da eingreifst, dass du diese Augen heilst, dass dieser graue Starr kein Anrecht mehr hat und dass er verschwindet und ich danke dir, dass ihre beiden Augen vollständig in Ordnung kommen, auch dass eine OP gar nicht mehr notwendig ist. Danke, Jesus, dass du eingreifst, dass du auch ihre Blase heilst. Danke, Jesus, dass du der Herr bist und dass diese ganzen Bakterien da herausgeschwemmt werden und keine Wirkung mehr haben. Danke, Jesus, dass sie vollkommen gesund ist, von Kopf bis Fuß. Danke, Jesus, dass du eingreifst. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen oder ruf jetzt an. Die Infos sind wie immer eingeblendet. Und eine Frau bittet um Gebet. Ich habe ein Anliegen. Bitte beten Sie für mich, für meine seelische Erkrankung, Depressionen und für meine finanzielle Lage. Danke. Ja, und wenn wir jetzt dafür beten, dann kann sich jeder einreihen, der sagt, ja, so ähnlich sieht es bei mir aus. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du jetzt diese Frau kennst und all diese Männer und Frauen, die ähnliche Probleme haben. Ich danke dir dafür, Herr, dass wirklich, Herr, in diese Seelenfrieden hineinkommt. Herr, dass deine Größe hineinkommt, dass die Erkenntnis der Identität hineinkommt, Herr, was ein jeder vor dir ist, dass du einen jeden liebst und dass du für jeden der Ansprechpartner bist und für dich kein Problem zu groß oder zu klein ist. Ich danke dir dafür, Herr, danke, Herr, dass du der Eingreifende bist und, Herr, auch die finanziellen Schwierigkeiten, Herr, schenke Weisheit, mit Geld umzugehen und, Herr, danke, Herr, sei du der Versorger, die, die jetzt gerade auch finanzielle Versorgung brauchen. Danke, Herr. Amen. Amen. Und per WhatsApp erreichte uns dieses Gebetsanliegen. Ihr Lieben, bitte betet für meine Nesselsucht. Es wird nicht besser und Cortison hilft auch nicht. Vielen Dank. Ja, danke, Herr. Herr, dass du auch Herr bist über so eine Nesselsucht. Und ich danke dir dafür, Herr, dass wir wirklich Reinheit über diese Haut ausrufen dürfen, Herr, dass alles normalisiert. Sich normalisiert, dass diese Haut sich wirklich wieder richtig aufbaut. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, Herr, dass alles verschwinden muss, was nicht von dir ist. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du dieses Gebet erhörst und dass Heilung da ist. Amen. Menschen erleben Gottes Hilfe. Und auch heute haben wir wieder Zeugnisse, wo Menschen uns geschrieben haben. Und auf WhatsApp erhielten wir diese Gebetserhörung. Guten Tag, liebe Geschwister im Herrn. Vor zwei Wochen habe ich um ein Gebet für meinen Sohn gebeten. Er hatte Depressionen und Knieschmerzen. Der Herr hat diese Gebete erhört und hat die Depressionen in Freude verwandelt. Und die Knieschmerzen sind auch weg. Herzlichen Dank an Sie alle und unseren Herrn Jesus Christus. Wie schön. Und ein Fürbittgebet wurde erhört. Eine Frau schreibt, vielen Dank für eure Gebete. Der Leckzwang an der Haut rund um seine Lippen ist weg. Und eine weitere Gebetserhörung. Ich danke euch für die Gebete. Alles, wofür ihr gebetet habt, ist eingetroffen. Ich bin sehr glücklich und danke euch und Gott von ganzem Herzen. Mit Gebet macht das Leben Spaß und sinnvoller. Und das können wir nur bestätigen. Und eine Frau erlebte Folgendes. Vielen lieben Dank für eure Gebete. Mein Mann gab sein Leben Jesus schon vor einigen Tagen. Es ist immer wieder erstaunlich, wie gut Jesus ist. Ja, Gott kümmert sich um alles. Und das ist doch eine bunte Palette von Gottes Eingreifen. Ja, wenn du auch eine Gebetserhörung erlebt hast, lass es uns wissen. Die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Schick uns einen kurzen Post oder ein kurzes Video. Wir werden es gerne in dieser Sendung weitersagen. Vielen herzlichen Dank für alle Gebetserhörungen, die wir schon bekommen haben. Ja, der Tipp des Tages heute. Schau mal wirklich, ob deine Hände leer sind. Deine geistigen Hände, wo du von Gott empfangen möchtest. Diese Hände, du sagst, ich habe ja nichts in der Hand, selbstverständlich. Aber ich meine, so die geistigen Hände. Ob nicht irgendwas drin ist. Herr, ich weiß, wie es geht. Herr, ich mache heute das, ich mache jenes und segne das. Der Herr soll immer das segnen, was wir so in den Händen halten. Aber er möchte wirklich leere Hände füllen. Mach dir mal darüber Gedanken. Schick uns dein Gebetsanliegen. Wir beten gerne für dich. Oder auch am Telefon heute bis 13 Uhr. Ja, nächsten Sonntag haben wir wieder Gottesdienst. Da sind wir um 10 Uhr im Livestream für euch da. Und wer am Montag wieder etwas von uns haben möchte, die Ermutigung der Woche kannst du abonnieren. Ganz unten in unserer Webseite gibt es die Möglichkeit, das anzukreuzen. Und du bekommst jeden Montag kostenlos die Ermutigung der Woche. Bis zum nächsten Mal. Der Herr segne dich. Alles Gute und Gottes Segen. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.